Oh, ich hätte da jetzt hingehen können. Da sind zwei! Aua! Da sind zwei! Heyo Leute und willkommen zu Resident Evil 5. Eine verzweifelte Flucht. Mit der blonden Jill. Und Miss Fortuna AP. Und Zocker Andy. Und dem schwarzen... Wie heißt der eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wie heißt der? Ist der nicht Josh oder so? Ich guck schon. Ich bin mir aber unsicher. Boah, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ja, wieder ein DLC? Juhu. Ja! Wie mit dem Lost Nightmares verlorenen Albtraum. Genau, genau. Und jetzt sehen wir das praktisch, was Jill in der Zeit getan hat, in der Chris und Sheva dann auf das Boot sind, nachdem sie Jill von dem hübschen Herzchen befreit haben. Und uns schweren, schweren, schweren Herzens habe ich es abgegeben an. Die wird jetzt die blonde Jill spielen. Und ich bin der, der daneben steht. Ich habe sie zweimal gefragt. Sie hat beides mal gesagt, nein, sie bin nicht. Nein, weil ich ja letztes Mal Jill war, deswegen darfst du. Aber du musst mich bitte einladen, ne? Ich bin gerade dabei. Bin schon dabei. Mach schneller, Mann. So. So. Bitte warten Sie einen Moment. Ja, hier. Spielsitzung wird gesucht. Und das ist auch blind. Und wie ihr mitbekommen habt, haben wir Resident Evil 5 schon gespielt. Wir sind dabei. Uhu. Yeah. Mal sehen, was passiert. Ja. Wir sind gespannt. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Das kennen wir schon. Aber das ist cool. Ja. Nein. Wie den anhaucht. Der hat hoffentlich Zähne geputzt. Ich hatte Knoblauch. Döner. Ja, genau. Der Döner, Mann, kommt. Das tut mir so leid. Aber wie ist die, wie die heißt? Das verstehe ich auch nicht. Ach ja, weil es ist ja... Es ist ja bei Bewusstsein gewesen. Mhm. So oft, wie du nach mir gerufen hast? Ja. Philippa Nelly. Weske hat mir die Haare blöd gefärbt. Ja, ich muss mir erst mal die Haare... Ich muss mir erst mal die Haare wieder dunkel färben gehen. Das wäre so lustig. Ja. Weske hat diese Haare blöd gefärbt. Mir tut immer noch die Komfort weh. Ah ja. Dieses Jungs. Dieses Chemie-Zeug. Oh. Au. Es tut uns leid, dass wir jetzt dazwischen quatschen. Aber wir kennen das ja schon. Ja. Oh. Jetzt haben wir uns doch gefragt, ob sie Shever meint oder sich selbst. Ich glaube, sie meint Shever. In dem Moment. Mhm. Oh, die Musik. Voll episch. So episch. So, sie geht... Jetzt holt sie erst mal die Packung aus dem Lidl raus. Hier Haarfärbemittel. Kastanienbraun. So wie Shever. Shever wackelt aber ganz schön mit dem Arsch, wenn sie läuft. Sie wollte jetzt einfach nur andeuten, ich bin hübscherslos. Ja. Denn ich bin Brünett. Okay, jetzt ist neu. Genau. Ähm. Fail. Ja, das war das DLC, super. Die Uniform erinnert mich voll an Tekken 6. Also generell an Tekken an diese Linder. Oh, sie hat noch Chris gehaucht. Oh. Kannst du mich hören? Wie heißt du? Nein. Wie mir ist das aussieht da vorne? Einfach nur... Hm. Hm. Warte einen Moment. Du bist Jill Valentine. Wie? Wer bist du? Josh? Du hast es recht? Ich muss sagen, ich habe nie gedacht, dass ich die Chance bekomme, dich zu treffen. Danke. Also was machst du hier? Ich schaue mich auf meine Kameraden Shever und Chris. Hast du ihn gesehen? Ja. Sie waren beide nach Wesker. Er ist auf einem Tanker. Ich sah einen Anker aufschaum. Wann wissen Sie, woher sie sind? Ja, aber es ist bereits geblieben. Es ist zu lange, um es zu kommen. Es ist niemals zu lange. Ich gehe zum Helikopter mit ihr und ich gehe nach Sheva. Hast du noch mehr Raum für eine andere? Es gibt immer Raum für eine schöne Frau. Ich glaube, du sagst das zu all den Mädchen. Nur die pretty months. Komm, wir gehen. Aber sie ist doch jetzt blot. Sie ist ja nicht mehr schön. Ja, ich wollte... Wollte ich gerade sagen. Sie macht jetzt auch voll mit Arsch. Ich wollte... Adi, ich wollte es gerade sagen. Die wackelt aber auch mit der Kiste. Schade, dass sie das Ding nicht mehr hat. Ich würde doch voll gerne, dass sie als Pinguin spielen kann. Ach ja, stimmt. Dieses Cape. Dass sie denn voll wie die Supermoves hätte. Ja. Na, die hat sie doch eigentlich auch so. Ach nee, Quatsch. Das ist ja gesteuert. Die Brüste wackeln aber auch, wenn sie Treppe runter geht. Die hat bestimmt kein BH drunter. Warte, ich muss kurz mein Steam-Overlay ausmachen. Ich brühe dich erst mal gleich an. Toll, ich habe so eine Schnellschießwaffe. Okay, komm. Was ist hier los? Was ist hier los, Mann? Ah, das ist wirklich jetzt Action. Action! Hey, Bruna! Hallo? Das muss ich ganz schön sagen. Was denn? Meins? Vor allem, wie ich jetzt auch so machen muss. Oh, da kommen Leute. Da kommen Leute! Tritt ihn! Tritt ihn! Oh, Alter! Hab ich dir den Todeskicker gesetzt? Chilli Vanilli! Respekt, Mann! Das ist Chilli Vanilli. Die kann treten. Ich bin auch hier. Aua! Sag mal, bist du bescheuert, Junge? Oh, nee! Bist denn du? Och, nö! Hast du ein Maschinengewehr? Ja. Ich habe Muni für dich. Und hinter dir kommt ein Haufen Zeug. Hinter mir? Ja, hinter dir. Ach, du Scheiße. Ah, der hat die gleichen Moves wie Chris. Ach, nö! Komm schon! Das ist doch Scheiße! Da ist das Haufen! Alter! Ich habe das Tumunutzen eingesammelt, das wollte ich nicht. Komm, ich habe eine Idee! Komm, wir rennen einfach! Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe ein paar. Ich habe auch eine. Ich habe Schlüssel, wir müssen Schlüssel finden. Los, komm, Beutel an! Das hat bestimmt der Typ. Komm her, komm her, du fettes Ding. BAM! Ähm, was hast du jetzt gemacht? Ich bin fast attackiert. Nö! Mann, jetzt sind die Gedärme. Die verreckt. Und du da mit deiner Flasche kannst auch mal weg. In die Kisten. Hahaha. Doppelknie-Sprung, geil. Boah, das ist schon wieder... Was? Doppelknie? Ja, die springt... Hinter dir, hinter dir, an die... Boah, war das knapp. Warum stirbt das denn nicht? Wie ist es nicht? Weil es dumm ist und stinkt. Oh, dada-dam, 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 dada-dam. Hallo. Hallo. Mann, du verdingst dich mal von der Stelle. Warte, ich habe noch Money für dich. Ich gehe jetzt hier hoch. Ich gehe jetzt in den Trichter. Hä, steht das da nur rum? Mann, verreckt. Boah, jetzt kommt es plötzlich so schnell. Ach, hier kann man rein. Hier steht so Türen drin. Was macht denn der hier, der Dude? Echt? Nice. Ich habe eine Knarre gefunden. Ich habe noch eine Pistole, eine zweite. Die ist für dich bestimmt. Ich nehme alles zurück, das viel lebt noch. Mann. Jetzt auf das Innern, jetzt ist es tot. Jetzt haben wir den Schlüssel. Warte, ich gebe dir noch schnell eine Knarre. Was auf den? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Au, Hammerschlag. Hammerschlag konnte ich gerade machen. Oh, das war ein Hammerschlag. Gib mir, gib mir. Hinter dir her. Das war nice. Warte, hier ist erstmal deine Money. Und hier ist die zweite Pistole. Geil. Hast du noch Pistolen, Money? Ach, hier. Schlag mal nach. Da kommen wir immer mehr. Ich habe da den Schlüssel. Komm, lass gehen. Ja, komm, gehen. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Hör einfach ab mit denen. Ach, siehst du, hier legen wir uns doch gar nicht an. Oh Gott, versperst mir voll den Weg. Hier ist die Pistole. Boah. Bin mal so frei. Ach, nö. Ich kann sie von hier nicht öffnen. Nein, durch das Gitter greifen und den Stab einfach mal hochnehmen. Geht nicht. Muss ich dich rüberwerfen? Oh, bisschen. Hier. Josh. 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 Komm, beweg dich. Oh, da kommt der Idiot mit dem Megafon schon wieder. Den gibt's doppelt. Ich würde ganz gerne runter und nicht hier erstmal um die Ecken. Oh, nee. Ich habe ihm das Megafon weggeschossen. Autsch. Autsch. Okay, der ist tot. Wow, fuck. Hinter mir kamen ja Leute. Warte, ich habe ganz kurz hier noch ein bisschen... Alter, der macht voll die Wrestling-Moves. Wie geil. Jetzt gib mir Munition, du Affengesicht. Hast du das jetzt mal offen gemacht hier schon? Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich bin ja gerade dabei. Da stehen Typen mit Armbrust, ne? Von wo? Wow. Alter. Voll an mir vorbei. Was für Luschen? Ich komme. Mann, deine Scheiß-Mollis kannst du mal gepflegt. Oh, bist du nur noch so gut. Boah. Okay, warte, ich glaube, es wird Zeit für Famigata. Okay. Ich habe hier voll auf sein Glas geschossen. Auf sein Glas. Keiner will dein Glas. Ich will das Glas haben. Moment, ich muss ganz kurz... Hier ist Muni für dich. Hier ist Muni für dich. Ich nehme die Pistolen, Muni. Okay. Kaboom. Kaboom. Hier müssen wir rein. Ja, ich weiß, aber ich wollte mal gucken, ob hier was um die Ecke ist. Wir sind viel cooler. Das ist vieles geilere, Tim. Wer redet denn? Äh, was machen sie da vorne? Das ist ein Väter... Alter. Alter, was macht ihr? Äh. Hier? Seit wann? What the fuck? Wer ist das? Weiß ich nicht. Irgend so ein Assi. Was labert der? Was labert der gegen uns? Der redet mit dir. Ich muss dich da drüben hochwerfen, aber das erstmal hier unten noch gucken. Vielleicht ist es sicherer, wenn ich von oben... Achso, ne, dann komme ich. Vor allem, warum finden wir hier eine Mine? Hier muss ja irgendwas Fettes kommen. Ja, ich komme doch schon, Mann. Ich kann nicht so schnell. Ich bin voll bepackt. Außerdem sieht man mich schlecht im Dunkeln. Also... Das kann man so nicht mehr hochladen, ey. Kracke, Mann, das. Hier ist wieder ein Vetter. Oh, oh. Eine Granate, zwei Granaten, drei Granaten. Ich komme. Ich habe ihn einfach runtergebascht. Wieso fliegt der denn jetzt in die Luft? Die sollte doch für den Fetten sein. Hilfe! Danke. Das war voll gut. Mann, oh, wie ich nicht treffe. Boah, jetzt zeig ich mich selber verbrannt. Na geil. Ich bin halbtot. Oh. Das hättest du nicht tun sollen. Ich musste mich jetzt... Wieso? Ich hätte auch Heilung gebrauchen können. Ja, aber ich kann... Du warst ja gerade da oben. Oh nein! Oh, dafür ist die Mine. Ah, guck mal, da ist ein Emblem drin, wo der rauskam. Ich habe aber relativ viel... Wo ist denn der? Da drüben. Der kommt hinter mir. Ich töte den Typen mit der Armbrust. Kümmer du dich erst mal um den kettensehenden Typen. Oh, ich hätte da jetzt hingehen können. Da sind zwei! Aua, Alter, der hat mir gerade voll die Schläfe weggekloppt. Da sind zwei, da sind zwei! Wie, zwei? Fein! Ich stehe dein Ernst. Ha, ha! Uhuhu! Hihihi! Ich gehe, tschüss. Kein Bock mehr. Das ist ein Emblem, mach's tot! Deswegen bin ich ja hier hochgerannt. Ich habe einen getötet, warum ich das geschafft habe. Oh, nein! Alter, du verweckst gleich! Der ist tot, der ist tot. Wir halten aber nur wenig aus. Ich habe einen Schlüssel. Och, Mann! Das gibt's doch nicht hier! Es reicht! Hihihi! Das ist so böse. Oh, guck dir das mal an! Wie sie... Oh, scheiße! Toll, was du angerichtet hast. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr verteidigen, Andi. Jetzt müsste ich auch nur alles alleine machen. Au! Au! Okay. Komm mit! Ja, ich bin noch beschäftigt. Warum? Okay, ich renne. Nicht schon wieder. Ich höre eine Kettensäge! Ich höre eine Kettensäge! Renn, renn weg! Wohin müssen wir denn? Ist es hier? Hier ist gar nichts! Hier ist voll der verpackte Tüche. Oh, geil! Snipergewehr! Komm, schnell wieder raus! Schnell wieder raus! Aua! Natürlich. Oh, ich habe keine. Ich habe nichts zum Heilen. Hier ist der Notausgang. Da hinten ist der. Genau, da hinten muss ich mir raus. Warte, ich komme. Ja, ja! Nach dem Horror... Es geht schon wieder super los. ...dieses, dieses, dieses... ...verloren in Albträumen haben wir ja zuerst aufgenommen. Das ist voll gemein. Hast du was zum Heilen? Nö, wa? Nö. Ja, guck mal, wie ich schon laufe! Guck mal, ich bin blutig an der Schläfe, oder? Kann das sein? Hier an der Seite? Ja, hast du wieder meine reingekriegt, weil ich wieder geprügelt habe. Ey, da hat der mir diesen... ...diesen Eisenprögel ins Gesicht gezogen. Oh. Oh, scheiße. Aber ich habe eine Sniper. Ja, da ist auch ein Emblem gewesen. Habe ich nicht gesehen, muss ich mir gleich... Gatling Gun! Den müssen wir umbringen. Zuerst, mach zuerst den Gatling Gun-Typen. Wo ist... Äh, wo ist der, wo ist der? Das Emblem... Oh Gott, wo ist das? Ich sehe die Gatling Gun, aber da steht keiner dran. Das sind mehrere, es gibt mehrere Gatling Guns. Äh, das ist eine beschützt für uns. Hier steht aber einer dran, hier vorne. Was? Wo? Hier vorne. Ja. Kümmer dich um die, die hier hochkommen. Ich glaube, es hat nichts mit stehenbleiben zu tun. Ich glaube, wenn wir hier stehenbleiben und dann uns bewegen, dann wird es nix. Okay, der Typ ist tot. Hier ist Heilung, hier ist Heilung. Warte, ich komme zu dir. Bastard. Ich gucke, ob ich noch Money finde. Okay, ich kann erst mal hier runter. Wo hast du denn das Emblem gesehen? Das lag, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's... Hier ist Munition. Pistolen Munition. Ja, nehme ich. Ich sehe es nicht mehr. Voll strange. Gerade eben habe ich es noch gesehen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ach, hier kann man auch an die Seite. Ach so. Scheiße. Fuck. Das war knapp. Mach den don't. Ja. Ist tot. Ist tot. Du kannst verbrennen da hinten. Brennen in der ewigen Hölle. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, Jill. Okay, los, los, los. Dass das schon wieder dieses Gehetze hier ist mit Rennen, 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 Machen, Machen, Machen. Mann, hau ab. Du Nachbar. Du Nachbar. Äh, das hat sich angehört, ob das Submitarazid rauskam. Ohne ein paar große Kaliber kommen wir nie durch diese Tür. Okay. Na toll, jetzt müssen wir da schießen oder was? Wow, alter. Kriegst du es hin? Ja. Wenn du Hilfe brauchst. Wieso lädt der immer nach? Ist der bescheuert oder was? Wo bist du? Wieso? Wieso ist er einfach nur so? Help me. Help me. Was machst du? Ich komme. Nein, nein. Geh, geh. Das ist normal. Aber die dann alle... Ähm. Alter, der Tritt. Bei mir heißt der Super Tritt. Nein, chill. Nein, chill. Ähm. Jo, komm, wir kriegen gleich beide Hammer in die Fresse. Hast du nicht Heilung aufgesammelt? Ja, aber ich... Wo ist denn der? Hier vorne. Ja, los, jetzt ran. Tschüssi. Alter, voll ins Gesicht. Wie wir Väterchen einfach nur drehen. Au. Alter. Au. Wo bist du? Ich nehme gleich das andere. Jetzt ran. Wie der einfach nur von uns in die Fresse getreten wird. Aua. Das war unfair. Oh, guck mal, der schwenkt schon wieder in den Hammer. Mach den da oben mal tot, bitte. Küber dich mal lieber um den... Ähm. Ja. Wo denn? Ich sehe gar keinen. Da oben. Da. Ach so. Ach da. Okay, Moment. Mach ihn nie da. Danke. Ist tot. Biss tot. Bam. Du hast den den Abgrund runtergetrampelt. Das ist einfach... Ich bin ein bisschen hier lang. Ich bin mir so unsicher. Runtergeprügelt. Ohne Gnade. Das hat die Sau verdient. Oh Mann, ey. So. Also Jill hat sich durch die Aua geschossen. Jill hat sich durch die Aua geschossen? Durch die Weltgeschichte geprügelt, die blöde Kuh. Die hat wieder Spaß gehabt. Oh, guck mal, was... Alter, was machst du? Help me. Was machst du denn da? Warte, nein. Komm hoch hier. Nein, ich wollte uns heilen. Ach so, dann komm wieder runter. Komm wieder runter. Komm wieder runter. Wah. Ich besprühe dich mit Deo, während du prügelt. Irgendwann ich gerade... Was mache ich? Ah, hier ist noch Marmoni. Ja, hör auf zu heulen. Ich komme her. Pass auf, da ziert einer mit bösem Geschütz auf uns. Ja, ja, ich gucke ja schon. Ich mache so ein Aua. Scheiße. Ich kann dir nicht helfen, du musst runterkommen. Jetzt ist es vorbei. Ich bin tot. Nicht dein Ernst. Genau, vor der grünen Pflanze. Ach, nee. Ach, ist das schön. Zock an, die hat sich für eine andere Spielsitzung entschieden. Ist das die höfliche Variation für erst abgekratzt, oder was? Er hat sich für eine andere Spielsitzung entschieden. Wie hat man hier vorne noch einen Kraut? Ich glaube... Hier, ich habe es gefunden. Wo soll ich mitkommen? Zurück. Wo bist du denn? Wo bist du? Wo bist du? Hinter dir. Hier, hinter dem Retainer. Ja. Hier. Wo? Hier. Zumal, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Zumal. Ich sehe dich nicht. Bist du mich veräppelt? Bist du schon runtergesprungen? Nein, hallo. Hier. Alter. Alter, die Klappe. Professionell. Zumal, ich habe das Emblem wieder gefunden. Ja, ja, Moment. So, erst mal einsammeln. Dort. Ja, ich sehe es. Okay. Das fiese ist, ich fange voll ohne Lebensenergie an. Guck dir das mal an. Oh! Hier ist das zweimal erste Hilfe. Ey! Warte, bleib stehen. So, alles wieder gut. Okay, ich würde aber sagen, wir beenden mal an dieser Stelle hier erstmal nochmal den Partner. Ja, bevor wir uns jetzt nochmal richtig blamieren. Ja, juhu. Juhu. Ja, also Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. 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 Vielen Dank.